Möchtest du wissen, wie man die Migrobank im E-Banking ganz schnell, einfach und sicher kontaktiert? Ich bin Tanja, deine virtuelle Begleiterin, und in diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Los geht's! Logge dich im E-Banking ein. Im Hauptmenü links klicke auf Kommunikation und wähle Mitteilungen. Klicke nun auf Neue Nachricht und schreibe uns, wie du es dir gewohnt bist, bei einer E-Mail. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine PDF-Datei deiner Nachricht hinzufügen. Da dies ein gesicherter Kommunikationskanal ist, kannst du uns auch deine Kundendaten zusenden. Wähle jetzt Senden, um deine Nachricht zu übermitteln. Hier in der Übersicht erscheint nun deine neu versendete Nachricht. Deine Mitteilung wird von Montag bis Freitag innerhalb von 48 Stunden bearbeitet.